bismillahirrahmanirrahim meine liebe bruder und schwestern wir sind heute in kanon dieser seite heißt hier wir haben die weißen kinder 10.000 kinder hier der liebsten hier weißen kinder wir sind hier heute wollte schlaken kurban zum dieser kinder mit zwei kuh mit dieser weißen kinder da kann man was bisschen essen normalerweise mit dem dieser leben hier in kanon sehr schlimmer 10.000 weißen kinder liebst hier ohne eltern ohne essen ohne trinken die leben sehr traurig aber was wir kann man machen nur wir suchen mag unser best zum geben dieser kinder besser leben heute hamdulillah wir sind hier zum schlaken mit dieser kinder kann man teilen danach wieder noch mal gibt anderer seite wieder aufweisen kinder da sind so viel wir müssen so laufen über alle im kanon ohne enden aber hamdulillah die kinder da sind zufrieden immer von ansar kommen in nigeria da sind zufrieden immer jeden tag wir wollten schlaken dieses schaff wir haben geholen gestern abend mit zwei kuh heute tag wird das schlaken dieser mit dieser kinder danach schlaken fertig kann man alle teilen jede geben da sind kann man zufrieden gucken was da kann man essen hamdulillah wie kann man nicht so viel sagen wir danken jede uns gespenden von ansar international.de mega allah jede dann imann aufnehmen mega allah jede dann paradies aufnehmen mega allah jede dann kurban aufnehmen weil heute tag wenn ohne spenden wie kann man nicht dieser weißen kinder zu helfen und leute hier im kanon der sind zufrieden was wir machen hier wir danken jede noch mal viel danken mit jede mega allah was leute gespenden mir geben da kann man wieder weiter spenden wir danken von jedem hier ist danach jetzt wir wollten wieder anfangen zu schlachen und dann zu anfangen zu teilen berkallahu feek assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatau berkallahi wabarakatau geförs ... ... ... ... ... Vielen Dank.